Du warst versteckt? Also ich würde da sagen, verstecken, ne? Feinde in Sicht! Ah, ich schrubbel dich so geil. Nein, bin wieder da. Oh, da darf ich. Okay. Oder darf ich da auch nicht. Oh, da darf ich. Okay. Da war es versteckt. Also ich würde da sagen, verstecken, ne? So wie da. Ja, Materialien. Bessere. Mega geil. Da brauche ich bloß noch 6 Stück. Oh. Oh. Oh, voll unfair. Wo gehen wir dann hin? Hm. Da ist was. Let's go. Oh. Da beprimern wir das nächste, wenn's auch wo. Ah, schön. Und ich glaube, langsam müssen wir auch wieder Gegenstände ablegen. Ich glaube, langsam werden wir wieder voll werden. Aber dann ist ja eigentlich die Map gar nicht so groß. Wenn man da überhaupt nicht hinkommt. Oder es gibt später einen Weg. Das kann natürlich auch sein. Wir haben schon lange. Das sind die ganzen Flächen. Ein Glöckchen. Glockenbäumchen oder so. Das wundert mich. Ich gehe mal runter. Das Fury in Sicherheit ist. Bist du dich? Da ist einfach nichts. Oh Gott. Schaut nicht schön aus. Sogar ein bisschen leicht ekelhaft. Blatsch! Ihhh! Ich kann sie hören! Aber die wird es nicht mehr lang geben. Haha. Wir sind so nah. Gibt es ja nicht. Ah. Da. Doch noch ein Stück. Das ist extrem laut. Da ist auch ein Turm. Da sind zwei Dingsi-Boomsis. Ja dann nehme ich zuerst mal den mit. Ja. 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 Feinde in Sicht. Hier bin ich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Es schaut immer genauso aus, weil wir vor einiger Zeit schon befreit haben. Da war doch auch so einer. Also so eine Felsformation und dahinter gleich. Du gehst auch drauf, mein Freund. die schuppelt ist sogar nein bin wieder da keine sorge ich verlasse euch nicht aber geile waffen findet man echt wenig muss man leider sagen ist der kaputt da machen wir den ganz kaputt da bin ich und jetzt will er nicht mehr freiheit so seien es rda geben eine große klappe und dann oh dann liegt es dort so jämmerlich tot das kommt ihr kommt jetzt nicht mit verstärkung daher oder anscheinend schon oh oh anscheinend schon oh 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 ich will doch auch nur looten gut die bleibt weg ist wohl gesünder inventar voll da gibt es noch was zum einschmeißen und schmeißen zi 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 perfekt da haben wir noch einen ah dahinten kommt was Oder? Oh ja. Äh, wo ist der andere? Hier. Irgendwann da voll. Das ist auch cool. Spöger. Nehmen wir mit. Hier. So, wo ist der letzte? Da. Yo, easy peasy. So, wo ist der letzte? So, wo ist der letzte? So, wo ist der letzte? Wir sind tot. So, wo ist der letzte? was treibt ihr doch die geilsten sachen habe ich eigentlich immer dann gefunden irgendwo bei so kleinen sachen mitten im wald so was jetzt da der fall ist so ein kaos wir müssen das ding selbst zusammen hat die schenk fest Ah, war nicht so klug. Okay, dafür haben wir gleich zwei weggeschnetzelt. Mein. Das geht. Den ja nicht so voll. Es war bloß der eine noch. Jo. Du bist völlig ungeschützt. Hält dich einfach mal geschützt, wärst du dranbleib. Was haben wir jetzt da gekriegt? Nothing. Oh. Ein Ersatzteil, wow. Zwei Ersatzteile und was geht es da? Geile Waffe? Nö. Hallo. Können wir dann wieder weiter? Nein. Mann. Hier hin. Oder ist das wieder so ein Forschungs-Dingsebumsi? Ja. Ernsthaft. Alter, ich drück nicht. Hallo. Ohoho. Ja, jetzt haut es wieder an. Danke für die Gaben. Dankeschön. Mann. Hint. Töter.